Die Fahndung bzw. Nicht-Fahndung der Thüringer Behörden nach dem Neonazi-Trio Böhnhardt, Mundlos und Schäpe war ein, so wörtlich, einziges Desaster. Der Bericht lässt es an klaren Worten nicht fehlen. Auf die zentrale Frage, woran es lag, dass die drei Untergetauchten über Jahre nicht aufgespürt werden konnten, gibt der Bericht eine erschütternde Antwort. Zitat Sabotage im Behördenhandeln schließt der Ausschuss ausdrücklich nicht aus. Dass das Terror-Trio mehrfach vor der Fahndung gewarnt worden war, liegt nahe. Auf jeden Fall beteiligte sich der Freistaat Thüringen mehr oder weniger bewusst daran, rechtsextreme Strukturen erst zu schaffen. Der nationalsozialistische Thüringer Heimatschutz, auf dessen Boden die drei Jenaer, Böhnhardt, Mundlos und Schäpe gedienen, wurde von Tino Brand aufgebaut, einem V-Mann des Verfassungsschutz, der dabei Teile seines Verfassungsschutz-Honorars von 100.000 Euro investierte. Ausschussmitglied Katharina König von den Linken. Dass es hier scheinbar keinerlei Regelungen gab, keinerlei Grenzen gab in Bezug auf die V-Mann-Führung, war nicht nur für mich, sondern ich denke für alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses eine der erschreckendsten Feststellungen, dass faktisch Mörder durch den Staat noch alimentiert wurden über die V-Mann-Gelder, die in die Neonazi-Szene geflossen sind. Aber auch die Politik blieb nicht ungeschoren. Aus Angst vor Nestbeschmutzung und aus Sorge um das Ansehen Thüringens wurde der Rechtsextremismus der 90er Jahre kleingeredet oder ignoriert. Stattdessen wurden rechts und links gleichgesetzt und damit der Blick auf den entstehenden Rechtsterrorismus vernebelt. Stattdessen